Musik Servus, da bin ich wieder, diesmal mit einem Battlefield 4 Gameplay live und zwar auf Eroberung auf der Kaspischen Grenze mit meinem Kumpel Bodea und ihr hört zwar leider seinen Kommentar nicht, aber meins ist halt live mit aufgenommen, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich, wie ich das machen kann, dass ich auch seine Stimme mit einbinden kann, ansonsten hört es euch an, ist cool geworden, ist eine gute Runde geworden, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Video, ciao! Da gibt es was zum Freischalten. Ich will, dass ihr dieses Einsatzstil verfolgt. Achso, ich noch nicht. Ja. Wovor hast du, was hast du markiert? Ich will, dass ihr dieses Einsatzstil verfolgt. Achso, okay. Ja, da ist... Moment, ich will mit! Ja, der ist da abgesprungen. Da ist das aktuelle Einsatzstil. Ja, da ist das aktuelle Einsatzstil. Ja, da ist das aktuelle Einsatzstil. Da ist ein Panzer. Ja, warte, da ist ein Panzer gerade, den müssen wir erst im Panzerblatt machen. Der ist ausgestiegen, der ist ausgestiegen. Im Gebäude bei C. Bei B im Gebäude, aber den habe ich, den habe ich. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der tut gerade nachladen, aber ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Aber da kommt noch einer jetzt, da rauf. Du musst wieder einsteigen bei mir. Aber jetzt tut mich gerade ein Team-Mate reparieren, ja. Steig du schnell ein, bevor die einsteigt. Super. Okay, dann fahren wir Richtung. Richtung. Da ist ein Panzer. Ja, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Zwei Frontaltreffen und der steht immer noch, schau. Wo ist er denn? Der ist dauernd. Hä? Hä? Wo waren die? Wie ist denn der jetzt weg? Warte, da ist noch ein Panzer, da ist noch ein Panzer, genau vor uns. Wow. Und hinter uns, und hinter uns auch noch. Ja, super. Was war denn das jetzt? Ja, gut, Haru. Die haben uns zu zweit platt gemacht jetzt. Das waren zwei Panzer. Was? Alles klar. Spawnen wir, wo spawnen wir? Bei B, oder? Ja, wie du willst, aber ein Panzer ist ja gerade nicht frei. Wir müssen das Ding wieder zurückerobern. D, D wieder zurückerobern. Das ist unser aktuelles Einsatzziel. Alles klar. Das ist unser aktuelles Einsatzziel. Da sind aber ein Haufen, gell. Sag mal, kann man da nicht auch umgekehrt in den Tunnel rein? Ja. Einsatzziel Echo ist verloren. Eigentlich schon, oder? Der müsste... Der muss doch jetzt hier unten... Links. Da. Links, links, links. Einen habe ich. Da ist die, da ist die Röhre. Ach so, da kommt man nicht raus. Da kommt man nicht rein, oder? Doch, kommt man rein. Ich schwimme gerade in die Röhre. Ich bin jetzt drinnen. Haha, und dann tue ich sie von hinten überraschen, die Schweine. Ja, ich habe auch die Trophäe jetzt bekommen. Sehr gut. Ich bin jetzt in der Röhre und tue sie jetzt von hinten überraschen. Und tu den... Ich habe den Timer angehalten. Haha. Ah, jetzt hat mich einer abgeknallt da drin. Scheiße. Und der tut den Timer wieder starten wahrscheinlich. Der Zipfel. Echt. Ich spawn jetzt bei dir wieder. Pass auf, da ist einer. Da ist einer. Sehr gut. Da sind zwei. Oh, oh, oh. Der Timer, der tut den Turm zum Einsturz bringen. Nö. Wie kommen wir jetzt da rauf? Boah. Wir müssen da rauf jetzt irgendwie. Ah, toll. Der steht da oben. Aber da können wir... Da können wir... Ach komm. Jetzt sind ja alle... Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt alle da drin gestorben sind. Tun wir bei C... Bei C spawnen. Wo ist denn jetzt der Turm? Da. Ich tue wieder unten durchschwimmen. wieder unten in die Röhre rein, dann können wir sie von hinten wieder überraschen. Da ist die Röhre. Und da kannst du reinschwimmen. Das ist geil. Wir haben gerade die Kontrolle und beeindruckt das Ziel. Alter verloren. Alles klar, also ich bin unten schon drin. Ich hoffe halt, dass jetzt da keiner ist. Ich bin schon wieder gestorben, aber ich habe zwei von denen mitgenommen. Scheiße. Die wollen alle die Röhre den Turm sprengen. Wo bist denn du? Da bist du. Ich komme. Ich bin... Oh, 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 oh. Achtung. Boah. Boah, der lag da. Der lag da. Ich bin immer noch da oben. Ah, jetzt hat mich so eine Granate weggeholt Ich hasse auch diese Ergo-Impact-Granaten Ja, toll Toll, was machen wir? Gehen wir an den Panzer? Ist gerade ein, er ist frei Ja, kein Thema Schauen wir mal Was hast du markiert? A, A ist zu weit weg Markier B Markier B Weil da fährt auch gerade einer von unseren Teammates da hin Aber der ist leer Aber da oben, vom oben, vom D schießen sie runter Ah, da komme ich nicht hin Ja, ich bin schon weg Ja, von oben Ja, aber ich musste schnell hier durch Da drüben ist ein Panzer, oder was ist das? Ja Aber der steht immer noch Aber jetzt haben wir ihn zerstört Okay, Bravo haben wir Dann fahren wir jetzt mal zu D rauf Hinter uns Ja, ich fahre, ich fahre, ich fahre Vor uns ist auch, oh, aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen Wo sind denn die? Zu D, laufen wir zu D, oder? Okay, laufen wir zu D Und da sind wir einen Haufen, gell? Bei D oben Keine Ahnung Einen habe ich, aber da sind ein Haufen Ich glaube, der ist immer noch da oben Ah Habe ich den nicht gesehen Der ist um die Ecke gelaufen und hat mir natürlich weggeschossen Okay, wo tun wir Spawn in? Bei unseren Teamkollegen Bei dem Bitting Gray, oder wie der heißt Der bräuchte mal ein bisschen Leben Oh, da liegt einer Oh, ja, habe ich, habe ich Achtung, da kommen, da kommen Ja, ja, und da oben auf dem Hügel auch Die sind unter, ja, ich bin noch da Die sind unter uns Hinter mir So ein Zipfel Da läuft er dem Hügel runter Wow, da kannst du viele wegholen Achtung, Achtung Ah, jetzt hat der mich weggeholt Da kannst du viele wegholen, dann holt der mich weg Ja, das kannst du knicken Oh, die nehmen A ein Ah, scheiße, die haben A eingenommen Da ist, bei E ist ein Panzer Ich bin drin Tu mal Tu mal, tu mal, holen wir uns A wieder zurück, oder? Soldaten, greif dieses Einsatzziel an Äh, ist ein Panzer Äh, wo fahr ich denn hin? Was mach ich denn für ein Scheiße? Äh, dieser Hubs Achtung, da kommt ein Fahrzeug auf uns Ja Ja, ja, ja Ich hab ihn erwischt Äh, den holen wir uns Der hat doch keine Chance gegen uns Achtung, oben auf dem Hügel Ja, dann fahren wir, dann fahren wir da lang Wieso kann er da jetzt nicht langfahren? Wahnsinn, gell? Ey, ein Riesenpanzer Und dann kann der da nicht fahren Irgendeiner hat uns im Visier Ne, der Jet hat uns im Visier Ja, äh, äh, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen Ich bin schon Ah, zu spät Da unten war einer mit der RPG und hat mich weggeschossen Bist du noch da? Bist du noch da? Warte, warte Lass mich erst bei dir spawnen Jetzt Hast du ihn? Oh, Panzer Sehr gut Dann holen wir uns A, oder? Warte mal, da oben Ah, da ist einer Den hab ich Ich leg mich mal hin Weil ich nehm grad A ein Oh, 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 oh Du kannst bei mir spawnen Bei mir sind sie ja richtig In Action hier Achtung, der Panzer kommt auf uns Ja, der Panzer Ah, scheiße Der Panzer kommt auf uns zu Ja, aber der Walkman Ist ja Ist ja fast ein Verwandter von dir Was machen wir denn jetzt? Gehen wir zu C Ja, ich glaub Bei D schaut's richtig gut aus Jetzt grad Da sind wir, glaub ich Jetzt in der Überzahl Ha, wir haben einen Hä, wir haben einen Bademeister Bei uns im Team Ja, der heißt Ja Ich fahr Versuch wieder unten lang Mit, ähm Auf den rechten Stick drücken Rechter Stick Und dann tut er tauchen Ich laufe jetzt hier die Treppe rauf Boah Aber wir haben D, glaub ich Ja, D haben wir Okay Hinter uns, hinter mir Wo ist denn die? Ach, die kommen grad von E jetzt Der Turm, der ist schon in die Luft geflogen Nee Hast du verschlafen Wo sind denn die? Wieso sehe ich ihn jetzt Keine mehr? Ich bin hier oben bei Ja, das leckt schon wieder Ich bin hier oben bei D Das Einzige Ja, schau mal an Ja, gut Wir liegen ja gut in vorn Dann laufen wir mal zu A Ja, laufe ich Ich laufe dir hinterher Dann holen wir uns A Ja Ja, aber ich glaub Den Den haben sie schon Ich laufe hier hinten links rum Hinter dir ist einer Ja, ich glaub schon Ich glaub Oder in dem In dem Gang zur Mauer Die sind da oben auf dem Hügel Oh, da sind viele Da sind viele Da sind viele Da sind viele Ah, der hat mich erledigt Da sind zu viele Bei A sind zu viele Da musst du mit dem Panzer hin Oder mit so einem Mit so einem LVA oder so Warte, warte Ah, genau fort Ich versuch mal wieder B einzunehmen Wir haben uns grad B weggenommen Ja 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 Toll Ich bin down Achtung In dem Container ist einer Ja Der hat uns jetzt beide weggeholt Oder Ja, aber Aber mit dem Gewehr Kein Wunder Da reicht Reicht ein Schuss Das ist egal wo Unser Team Ja, der ist immer noch da oben Ich Echt? Ich komm von hinten Der Team braucht Munition Du brauchst auch Munition Warte Ja, vielleicht hast du eine Granate schon hergegeben oder so Sag mal, es ist hier Gibt es hier keine Panzer oder so? Sonst hätte ich Laufen Ja, wieder zur A Natürlich Das ist das einzige Interessante Da hinten kommt ein Fahrzeug Schau Der ist ausgestiegen Sehr gut Achtung, da brennt es, gell Das nimmt Energie weg Aber ich glaube, wir haben A Ne, haben wir immer noch nicht Ja, genau Fünfmal Äh, nicht Eine Waffe nicht Irgendeine Tarnung Ja, da kannst du dir Verschiehen Wo bist denn du? Auf dem Hügel Auf dem Hügel sind ein Haufen Achtung, hier kommt gleich einer Ah, der hat mich weggeholt Der hat mich weggeholt Was gibt es denn? Ja, Messern ist geil Wo tun wir Spawnen? Ja, gehen wir Oh, die nehmen Gehen wir zu C Die nehmen gerade C ein Ja Da unten Vielleicht kriegen wir noch einen Kill Jawohl, kriegen wir noch Und nochmal die Flagge schnell erobern Kriegt es noch ein paar Pünktchen Ah, hat nicht mehr gereicht Ah, das war aber auch eine Nette Ja, aber schau mal Wir haben wieder gewonnen Wir sind In einem guten Team Jetzt schauen wir uns noch die Punkte an Ja, ich habe noch eine Kugzone gemacht Ich glaube, wenn wir nicht noch Kugel Ja, ja Und ich habe Ich spiele mit dieser QBW momentan Ja, das ist leicht LMG Und da habe ich jetzt gerade das Coyote-Visier freigeschaltet Ja, das hat auch lange gedauert Ja, aber zwölfmal